Hallo, ich bin die Couture. Wir sind heute bei der Secret Gallery. Die Secret Gallery befindet sich in der Orpheumgasse Ecke Marschallgasse. Das ist die Secret Gallery, versteckt in einem ehemaligen Elektrokasten. Hier befindet sich immer 14-fägig eine kuratierte Ausstellung von verschiedenen Künstlern. Heute ist schon die 14. Ausstellung und kann auch den Künstler vorstellen. Daniel Bergmaier stellt heute auf mit einer kleinen Zeichnung. Vielleicht noch ganz kurz ein Statement. Ja, der Titel der Zeichnung ist Weltformel 1. Es ist eine Ode an die kleinen Geschichten, die man tagsüber so erlebt und wieder vergisst. Dekodiert in einer Formel. Gut, und jetzt können wir gleich aufmachen. So, eine kleine Fascheröffnung. Also, das ist ein bisschen nach. So, und kann schon immer so einen Flyer mitnehmen. Also, bitte als Gast. Als erster Gast. Und damit es uns heute nicht zu kalt wird, ist noch ein Fernseher. Du bist auf jeden Fall. Hallo. Ich hoffe, ich habe hier und in den Künstler. Ich freue mich nicht. Okay, ich freue mich nicht. Daher habe ich jetzt ein bisschen weiter gemacht. Keiner Scoot. Ja, die Mama geprüft. Achtung. Ich freue mich. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020